so hallo und herzlich willkommen zu minecraft delete jetzt geht es los wir warten gerade noch wir kriegen gleich das signal von markus aka apokalypter und wenn er anfängt haben wir zehn sekunden dann dürfen uns hier raus bauen und dann geht es auch schon los und hat mit pb style hey Leute und ja das ist minecraft delete ja du ich bin ganz schön nett heute jo bist du bist bester mann bester mann komm bro fest ich habe hunger nein ich habe hunger ja hinter diesem kuchen und wir gehen da hinten zu dem berg gleich genau findet ihr auch das neta portal sieht extrem geil aus ja besser als im baro finde ich also man kann da nicht durchgehen und so du baust auch den block hier vor der warte siehst du diesen block ich baue den anderen auch nein wenn wir einen abbauen geht schneller ja aber ich meine wenn schon einer fertig ist dann rennen einfach hey wenn wir einen block zusammen abbauen geht es schneller man kann nicht beide zusammen machen ok 10 9 ok es geht los ok es geht los auf 1 bauen wir ab nein wenn die raketen sind ja ja aber die sind auf 1 und los die sind schon raus die haben die haben schon angefangen wahrscheinlich ich sehe nix du bist vor mir ja ich weiß wo wir hängen wollen ja ja klar die wollen schon holz abbauen erst mal weg wo alter ich verreck jetzt gleich schon ich habe kein essen ich bin bei dir ja gut wir brauchen essen alter ziemlich dringend ne ok gut du gehst nach oben ich brauche schon mal ab ja baue du schon mal holz ab ich gucke ob oben irgendwo kühe sind oder so ja klar ok ich krieg nicht mal das achievement getting wood aber du hast doch im morning wood der war gut ja ich sehe nirgendwo tiere what the fuck ok warte ich komme jetzt schnell zu dir hoch hier ist sogar kohle bei uns mein gott hier ist ein skelett ja nein alter ich bin tot glaube ich nein alter ein das glatt schießt auf mich nein leben und kann nicht mehr rennen nein nein ich bin ich am anfang schon ohne dich sein alter nein ich habe kein essen ich verreck jetzt gleich da unten ist eine kuh ich komme nicht hoch zu dir ich gehe auch gerade wieder runter vom berg okay gut du bist weil da unten ist eine kuh und ich muss was essen sonst sterben bester anfangen alter ich wissen wie es bei den anderen abläuft ja ich sehe es gerade die rennen noch rum hast du mal holz ja ja klar ich habe 20 ich habe zwei steaks ich muss essen sonst sterbe ich ja klar mach mach hinne und komm zu mir weil ich habe nur noch nicht regnen und ich kann immer noch nicht regnen und kann gleich auch nicht mehr rennen alter das das läuft perfekt wie wir schon anfangen wollten toll oh man ja gut ich baue schon mal steine ab dass du weißt ja ich sehe benni naja die sind bei uns hier ist kaktus auch komm ich baue mich einfach rein ich töte die kuh ja mach das ich klaue denen gerade die kuh hey die haben mir meine kuh geklaut die haben mir meine kuh klaut die spaßten ich renne mal eben zum spawnen und esse mich voll ja wir sind ja noch ziemlich nah dran ja gut mache ich auch schnell ja ich muss mich wirklich noch mal vielleicht doch nicht zum berg weil das doch ich habe mich schon reingebaut okay okay ich sehe dich einmal kuchen abbauen und mitnehmen nein kann man leider nicht ah scheiße oh mein gott ein zombie ja warte gehe weg gehe weg ich habe eine spitzhacke okay easy einfach deren kuchen essen ja einfach kuchen essen ich will mich eben hier voll regnen ja ich bin schon voll ich bin deswegen ich renne schon wieder zurück ich mache schon mal ein paar steinschwerter und so ich habe doch hoffen holz wir brauchen noch mehr wir brauchen ganz viel ja aber das baue ich danach habt kommen dass wir beide gleichzeitig aufgaben ich muss aber hier warten ich muss mich ja voll essen ja gut ich bin ich habe hier sogar schon kohle dass du weißt okay weil ich bekomme jetzt gerade während des regens schon wieder hunger deswegen hier ist ein enderman bei mir oh nein nicht angucken ne mach ich auch nicht gut alter warum spawnen wir nachts ja das wollte ich auch gerade sagen warum fangen wir nachts an das so sinnlos heiße angelegenheit alter die haben schon eisen nein wgf doch was cheating bei mir ist apokalypton am spawn ja egal wir dürfen die nicht angreifen ja ich weiß der hat auch ein steinschwert schon das könnte interessant werden von der zweiten folge her weil wir haben in der ersten folge eine friedensphase vereinbart und ab der zweiten folge dürfen wir uns töten alter bin ich gerade dumm und kann kein ding machen für dich was zack zack ja nee ich brauche nur zwei zack zack alter diesen tl also bombenmix und apokalypton sind am spot kommst du ich hab hier sechs für dich okay ja ich komm das problem ist während ich zu der laufe verliere schon wieder die hälfte meines erstens jetzt kriege ich gettingwood ach so weil man mit einer axt das machen muss ja ja das ist ein gut bekommen ich habe noch keine angst tschuldigung tschuldigung reflex okay was hast du für mich hatte gleich ich muss noch schnell diesen einen baum noch abbauen und dann können wir uns langsam reingraben und da ist noch eigentlich ganz dringend essen ja ja das holen wir uns schon da und endermann ich habe ihn fast angeguckt ich glaube ich habe ihn angeguckt hier für dich hallo ja zack nein 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 obwohl nimm das und hier das bau du dich schon mal rein ich hole so viel holz wie es nur geht okay ich gerade ein bisschen ja obwohl da hinten ist ein schwein ich hole die schnell ja holt ich mache einen ofen in der zeit dann ja gut macht das ich alter hier sind einfach schweine also eins ich mache einen ofen boah zwei fleisch und hier pilze ich habe haufen schweine serious warte wir dürfen doch schon in der ersten folge plündern oder ja aber die haben doch keine kisten oder nein aber die haben öfen ja die haben öfen alter dürfen immer plündern die haben nicht gesagt dass irgendwas safe ist da oben auf der klippe alter ich hole mir gerade bei denen was ja mach das ich versuche bei denen was zu klauen ich versuche auch gerade was zu machen alter da ist ein ich habe ein gebratenes chicken und kohle geklaut ja ja alter ich habe hier einfach vier fleisch schon mal und einen zombie wieder getötet ich bin fast level 2 äh level 1 ja cool die haben es nicht mitbekommen alter ich habe sogar samen ja ich habe auch einen auch ist es ein tag geworden und zombies zombies äh 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 action alter ohne schmarrn mich greifen gerade vier zombies an oh ok die haben jetzt eisenschwerter was ja ok wir sind so gut wie gefickt ziemlich ich habe zwölf fleisch schon mal ich habe weit den berg rein ja mach zwölf fleisch nice ja komm in die base nein nein ich habe hier noch äh ich muss eins essen weil ich habe hier haufen äh kohle ich muss das erstmal abbauen ok ja hier ist sogar sand soll ich schon mal was mitnehmen oder nicht ja ja wenn du jetzt kannst aber wir brauchen eigentlich ganz dringend essen ja klar ich habe noch zehn fleisch ich grabe mich ein bisschen runter im berg ne ja ich hole mir oh ich bin schon level 3 alter cool ich habe sogar elf kohle schon ich habe mir mal ein paar fackeln gemacht damit meine Leute was sehen ah hier ist ein chicken und tot ja geil noch mehr fleisch nice äh wo ist das sand hin ich habe es doch gerade gemacht ich würde aber echt sagen wir laufen weiter weg alter wenn die nächste folge anfängt sind wir tot die wissen wo wir sind nein er ist tot kaktus ist tot what nein nein jetzt schon nein 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 geben wir dem noch eine chance das müssen die entscheiden alter heftig die armen oh wie kacke ist das denn ich glaube aber nicht dass die noch eine chance geben ja 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 das ist ja der teampartner alter ist klar dass der will dass die chance noch gibt oh ist das scheiß ich habe eisen hä bei mir oh nein bei mir lagst du gerade mit abbau ja sauber ah ich sehe dich bist du da unten schon ja alter na was was warum macht der ein traurig smiley wird da nicht genommen das ist noch nicht klar äh ich habe zwei eisen man warte er schreibt schon man ein eisenschwert hm wir machen uns erstmal ein eisenschwert ja ja klar ich habe jetzt noch zur sicherheit noch die schwerte ich baue grad noch auf ein holz ab dass du weißt ja ja äh hast du schon essen in den ofen getan nein ich bin auch noch nicht da ach so ja ich schmelze mal eben das eisen ne ja klar kein ding mach das kann ich mir ein eisenschwert schon mal machen ja klar beide ich habe schon zwei bäume wieder abgebaut habe schon 24 wood alter nice oh er ist eisen ja nice warte wir können theoretisch direkt in der nächsten folge zu neo gehen und den töten sorry aber du bist raus nein oh oh boah wie assi ist denn das für kaktus mit der arme ja aber man kann nichts dafür ähm ja scheiße scheiße gelaufen würde ich sagen ach toll ja friedensfolge aber das kann wenn du wenn du irgendwas anders passiert dann ist es auch scheiße ähm wie lange haben wir noch nicht dass du vergisst den Countdown oder so anzuschauen ich sehe den Countdown ja keine sorge ja gut komm gib ihm doch aber nur dürfen wir uns nicht töten oh mann alter ja die schreiben grad in die Konfi ey bin tot kann ich noch einmal wegen Frieden please ich glaub nicht oh jetzt muss ich zu dir kommen alter ich hab 31 ich hab ein Eisenschwert ja ja ich muss zu dir rüber ich hab wirklich äh muss essen ja und ich ja ich brauch auch essen ich hab nur noch drei ich kann nicht mal mehr sprinten ich baue noch das Holz unterwegs bissl ab weil ja ich grab mich schon mal ein bisschen weiter in den Berg rein kommt eine alter er ist jetzt tot da würden wir glaub ich auch scheiße drauf sein ich wär ja grad schon fast verreckt ja komm aber Johnny äh äh bombe wird sagen ne ich bin nicht ne äh Julian verreckt hätte er auch einen gewollt ja natürlich ich hab nochmal Eisen ja awesome ich bin jetzt grad beim spawnen okay ja ja gut wahrscheinlich sind die 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 uns nachher töten alter äh gut 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 du hast Essen drin äh warte ich nehm nachdem du hast Essen gebraten ist das erste raus ja also ich nehm das Essen raus so ähm ich mach dir du kannst dir ein Eisenschwert machen dann wieso ich hab doch gar kein Eisen hä ich ich brate doch grad was hä wieso left the game re re damit der ihn wieder sieht ok eins zwei ja das nächste krieg ich bitte ok ich kann nicht mehr laufen ja komm ich hab sogar mein ganzes Kohle reingetan nein ich mein das ich mein das nächste Essen ja da jetzt kann ich tu das Kessel wieder rein tu das Essen wieder rein es läuft ja noch ja chill ich mach noch nen Ofen gut äh ich hab jetzt oah einfach ein Iron Sword ja gut dann halbier das warte ich hab schon halbiert ok hab ich ähm und hier ist nochmal na ich hab doch na nicht das Essen halbieren ja jetzt haben wir das weggeglitscht nein nein ich hab's dir weggenommen achso aber ich hab da Chicken reingetan deswegen ok apropos ich hör eins da sind noch Schweine ja da sind noch Leute wir müssen aufpassen ne ist ja noch nicht die erste Folge vorbei also wir haben noch circa eine Minute dann müssen wir hoffen echt jetzt nein 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 wir haben eine Minute dann müssen wir hoffen da oben über dir ist doch der Chicken alter in einer Minute müssen wir aufhören ja geht schnell hast du das jetzt genommen? komm äh wie lang haben wir jetzt? circa? äh wir haben jetzt 13.30 ja gut in einer Minute schaffen wir noch locker ähm Erde 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 kannst du mir ne Schaufel kurz noch machen? klar aber nicht aus Eisen hä? nein aus Stein klar weil dann baue ich schon mal etwas Holz ab weil wir brauchen Farmen und alles mögliche nichts hinter dir äh wir sollten jetzt eigentlich aufhören langsam ja wieso? hm ja wir haben nur noch ne halbe Minute ja aber das wär's ich steh mal alles aus dem Ofen raus wir locken uns kurz aus ja also Leute ähm ich hoffe euch hat ja die ersten fangen schon an ich hoffe euch hat der erste Part von delete gefangen erstmal rausgehen komm schon mal rausgehen gut äh bis zum nächsten Part tschüss! tschüss! tschüss!